Willkommen zu einem neuen Zaubertrieb von Jürgen. Diesmal hier aus der Türkei. Vom Pool im Kratzschäger Hotel. Und für den heutigen Karten-Fick möchte ich mal bitte nicht, dass sich der Zuschauer random irgendeine Karte auswählt. Sondern ich habe hier mir als erstes mal den P-König ausgewählt als erste Karte. Okay, in dem Fall mit der Stadt Antalya drauf. Da liegt nämlich unser Flughafen. Fliegen wir auch morgen wieder zurück nach Deutschland. Auf jeden Fall kommt hier jetzt mal der P-König hin. Und dann als zweite Karte habe ich hier einmal auch noch hier die Herz-Dreihe in dem Fall vorbereitet. Okay, die Stadt-Ziele. Also haben wir jetzt hier einmal den P-König. Und dann noch hier einmal die Herz-Dreihe. Okay. Die König Antalya und Herz-Dreihe. Und die werde ich jetzt mal versuchen in Heißgeschwindigkeit, also so schnell wie es nur möglich ist, auszutauschen. Okay. Also nehme ich jetzt hier die Herz-Dreihe. Ich werde hier für euch auch noch einmal einen Timecode, also eine Stoppuhr einbinden, damit ihr es nachverfolgen könnt. Also hier ist jetzt die Herz-Dreihe, hier der P-König. Das ganze Volk läuft gleich wie folgt ab. Ich schiebe hier einmal die Herz-Dreihe unter den P-König. Nehme mir hier den P-König. Das halt nur gleich in Heißgeschwindigkeit, also passt auf. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Und glaub dir, das hat jetzt geklappt. Ja. Dann gucken wir mal. Wuhu. Doch, hat schon geklappt. Also haben wir jetzt hier die Herz-Dreihe. Und hier den P-König. Und das war dann der Zaubertrick. Und für meine Leute, die mir noch nicht auf Instagram gefolgt haben, werde ich hier auch nochmal mein Insta-Profil einblenden. Da habe ich nämlich und werde auch noch hier aus der Türkei wieder hochladen. Auf jeden Fall das, was dann freut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Eure Mettegeber. Schau.